In den zwei modernen Baukörpern werden schon bald 39 barrierefreie 2- und 3-Zimmer-Wohneinheiten entstehen. In Schwanebeck wird derzeit an einer neuen Wohnanlage gebaut, die sich dem Thema Servicewohnen widmet. Am Samstag feierten Bauherren, Architekten und alle am Projekt Beteiligten das Richtfest für den Bau. Zukunftswohnen Schwanebeck. Unter diesem Namen richtet sich die Wohnanlage überwiegend an Senioren. Es handelt sich um 39 Wohnungen hier, verteilt auf zwei Wohngebäude. Und es ist ein Projekt für betreutes Wohnen, Servicewohnen. Das bedeutet, dass man sozusagen ein Dienstleistungsangebot hier mitmietet oder kauft. Das sind die Eigentumswohnungen hier. Und das ist unser Konzept. Die Wahl des Standortes für den Bau fiel den ausführenden Unternehmen leicht. Denn Schwanebeck bot die besten Voraussetzungen. Dieser Standort hier hat uns sehr gut gefallen, weil dieses Grundstück von seinen Voraussetzungen, die für so ein Projekt erforderlich sind, sehr geeignet ist. Die Infrastruktur ist gut. Man hat hier die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die Nahversorgung ist da, Lebensmittelgeschäfte. Und auch ansonsten ist es einfach hier ein schöner Ort mit schöner Natur und eigentlich alles, was man sich wünscht, wenn man an das Wohnen im Alter denkt. Einige der 39 Wohnungen sind bereits jetzt schon vermietet, obwohl sich die Anlage noch im Bau befindet. Die Fertigstellung ist zum Ende dieses Jahres geplant. Wir hoffen, dass wir zum November die Wohnung fertig gebaut haben. Und dann wird bezogen, sodass, wie gerade auch schon hier angeklungen ist, das erste Weihnachtsfest dieses Jahr hier schon gefeiert werden kann für die neuen Mieter. Interessenten können sich bei der Leon-Wert Immobilienmanagement GmbH über den Wohnraum informieren, denn diese ist für den Vertrieb zuständig. Eigentümer ist die Anker Zukunftswohnen GmbH. Dienstleistungen rund um das Thema Betreuung wird dann die Hoffnungsthaler Stiftung Lobetal übernehmen. Dienstleistungen